Widerstand für die Freiheit, ich würde ganz gerne auch mal mit Ihnen telefonieren, weil wir vielleicht das Wort unterhalten, weil wir am 29. Nacht die Veranstaltung der Staaten von Bismarck, denke ich mal, Zwecksouveränität und Friedensvertrag für Deutschland, weil wie fehlt ihr uns da? Ich möchte nicht für einen Friedensvertrag, ich halte das nicht für zielführend, sich auf das Thema Friedensvertrag zu konzentrieren. Herr Schulte hält es nicht für zielführend, sich auf die Frage des Friedensvertrags zu konzentrieren. Ja, wenn das nicht zielführend ist, wieso redet man dann sonst von Frieden und Liebe und Freiheit? Ist der Friedensvertrag nicht essentiell wichtig für Frieden? Na gut. Genau. Du hast gesagt, was hast du eben gesagt, was hast du alles auf Video? Also von wegen, der Hans hat gesagt, wir bleiben hier auf der Straße des 17. Junis, solange bis die Kanzlerin, Frau Dr. Merkel, kommt und sagt, die Versammlung, nee, ich trete hiermit zurück und die Versammlung ist beendet. Gut, und das habt ihr auch, warum nicht gemacht? Weil? Thorsten Schulte hat mit uns netz geredet und über die Geschichte am Reichstag berichtet. Na aber erstmal hat er gesagt, die Versammlung ist zu Ende. Und er hat dann gesagt, ihr wolltet eigentlich bleiben. Genau, geht nach Hause. Und da hat er aber gesagt, jetzt ist es zu Ende, geht nach Hause. Genau. Und dann hat er auch noch gesagt, das gibt es ja auch Video, dass er es gesagt hat, er wäre eingeladen worden zum Reichstag von Rechtsradikalen und Holocaustleitnern und hat zu den Menschen gesagt, geht dort nicht hin. Genau. Und es war so, ich war ja am Reichstag und am Reichstag muss man natürlich hin, weil da steht an dem deutschen Volke, das ist also unser Haus. Und es ging darum, das zu belagern und so lange zu rufen, wir sind das Volk oder irgendwas, bis die wirklich, weil die Polizei war bereit mitzumachen, diese Kapitulation mitzumachen, das hat man gesehen. Und die Menschen waren dort, die Wiese war voll, Tausende, die gerufen haben, wir sind das Volk, wir sind das Volk, Freiheit, Freiheit, ne? Das ging die ganze Zeit. Auf einmal kommt man mit dem Megafon, von Querdenken hatte der draufstehen, der rief mitten da rein, in die Wiese lief da drüber, das hier ist die falsche Demo, die ist von Rechtsradikalen und Holocaustleitnern, kommt hier weg, kommt zum Kanzleramt. Und damit ist die ganze Energie gestört worden. Die Leute waren sauer auf diese Leute, wie der mit dem Megafon und Torsten Schulte, weil die verhindert haben, dass heute Nacht von 1. auf 2. August eigentlich unsere Veranstaltung war genehmigt bis 0 Uhr. Und das hätte passieren können. Und die Polizei war bereit, dass kapituliert wird, dass gesagt wird, und jetzt muss jemand von der Regierung herkommen, wir wollen nicht mehr. Das ist das Haus des deutschen Volkes und wir wollen, dass jetzt hier ein Übergangsrat gebildet wird damit. Schluss BAD, Schluss, dass das wieder souverän wird. Und dank Torsten Schulte und seinen Aufrufen, die du ja alle auf Videos hast, und der Dummheit der Leute, die dann so jemandem folgen, weil er so nett ist und weil er jeden in den Arm nimmt und weil er... Anzugern hat... Weiß nicht deswegen, aber weil er ja sagt, ich bin lieb, hat er mir ja auch gesagt, ich bete jeden Tag und er hat mir ja gewünscht, dass ich das auch tun möge. Obwohl er mich gar nicht gefragt hat, ob ich bete oder nicht... Ja, war das... Ist das zerstört worden. Und er hat nur eine Lüge von ihm entdeckt. Ja, nein, wir haben ihn ja beim Lügen ertappt bei dem Radio. Weil er ja erst gesagt hat, er hätte nur erzählt bekommen, dass da was sei und dass sein... Er hätte gehört, dass sein... Rechtsradikale und Holocaust-Leugner. Und da habe ich ihm ja dann gesagt, hören Sie mal, das war das hier, dieses Banner hat dort geweht. Das müssten Sie wissen eigentlich, was das für ein Banner ist. Da hat er gesagt, das will er nicht wissen. Und dann hat er gesagt, das sagt Georgs Banner. Ja. Und dann hat er ja plötzlich auf einmal gesagt, dort ist Rüdiger Hoffmann. Und damit war klar, er hat gewusst, wer dort ist. Weil wenn er weiß, Rüdiger Hoffmann, dann weiß er, es geht um die deutsche Frage. Und es geht um die Umsetzung des Potsdamer Abkommens. Und er hat, wie auf deinem Video drauf ist, das Potsdamer Abkommen, das Grundgesetz als Ideologie erklärt. Als Ideologie. Aber seine Sache ist keine Ideologie. Und jetzt? Magst du noch was sagen? Also genau, lieber Michael Ballweg... Fragt sich jetzt, fragt sich jetzt, warum hat Herr Schulte das gemacht? Genau. Lieber Michael Ballweg, ist dir dies klar? Also ich frage mich, möchte Frau Schulte die Lösung hinauszögern? Möchte er sie verhindern? Das ist die Frage, die muss man wirklich stellen, weil er hat gewusst, wer das ist. Weil du hast das Gespräch aufgezeichnet. Ich habe nie den Namen Rüdiger Hoffmann gesagt, weil ich mich von dem Rüdiger Hoffmann als Mensch, ich habe mit dem, also ich distanziere mich von dem. Aber es geht ja, ich kann nicht sagen, ja, mir gefällt die Frau da drüben nicht. Deswegen, nee, hier geht es jetzt um eine Frage von einem Volk. Das deutsche Volk muss endlich in die Gänge kommen, muss erkennen, wir möchten gerne, dass wir wieder souverän werden. Egal, ob ich jetzt den mag oder den nicht oder ob ich finde, der riecht aus dem Mund oder der hat eine schlechte Vergangenheit. Das ganze deutsche Volk hat ein Recht darauf. Es hat die Recht zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus. Und dieses Recht steht jedem zu, auch wenn er früher mal böse war. Genauso wie wir zum Beispiel in der Bibel lesen, dass jeder das Recht auf den Jesus hat, weil alle sind Sünder. Keiner von uns hat hier eine saubere Weste. Also wer sowas erzählt, da möchte ich stark zweifeln, dass der gerade die Wahrheit spricht. Wir sind alle Sünder oder auch nach dem Gesetz im Weltlichen, haben wir alle schon mal Mist gemacht oder uns daneben gelegen. Aber wir haben alle das gleiche Recht auf die Befreiung. Wir Deutschen. Und das wurde dort verhindert und von Herrn Schulte als Ideologie rausgetan. Und er hat, obwohl ich nicht Rüdiger Aufmann gesagt habe, weil ich mich von dem Rüdiger selbst distanziere, hat Herr Schulte selber mit dem Namen angefangen. Und somit ist klar, er wusste genau, wer dort am Reichstag angemeldet hat und er weiß, dass dort das Sankt-Georg-Konferenz erhält. Und er hat zu den Leuten aber gesagt, das sind Holocaust-Leugner. Und das ist eine Lüge. Und wahrscheinlich wird der Herr Schulte deswegen angezeigt, nicht von mir, aber von anderen Zweißig, die sich das nicht mehr gefallen lassen, dass sie als Holocaust-Leugner bezeichnet werden. Und er hat noch zu mir gesagt, ja, dort war aber der Volkslehrer. Und der ist ein Holocaust-Leugner. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, vielleicht bewegt sich der Volkslehrer dorthin. Der Volkslehrer hat das aber nicht, diese Kundgebung angemeldet. Ich kann nicht kontrollieren, wer jetzt da hinkommt. Der Witz ist aber, dass auf der Veranstaltung von Herrn Schulte heute, unterm Brandenburger Tor, während er mir das sagte, dass der Volkslehrer auf der Veranstaltung von uns am 1. August war, war heute auf der Veranstaltung am 2. August von Herrn Schulte, 5 Meter neben ihm, der Volkslehrer. Also was soll der Schwachsinn, was der da erzählt hat? Und mit dem Volkslehrer hat dann Stefan Bergmann und Michael Ballweg gesprochen. Ja, und da ist es auf einmal kein Problem. Ja, also das ist, das war so widersprüchlich in sich. Und ja, ich fände es gut, wenn Leute mal fragen. Also das heißt, wir hatten ja eine Säule dazwischen. Das heißt, hier haben wir den Torsten Schulte gehabt. Dann war die Säule. Und auf der anderen Seite ist Michael Ballweg und Stefan Bergmann. Und das ist die Frage, spielen die in einem Club oder sind es doch... Man muss das fragen. Wer ist der Gute, wer ist der Schlechte? Ach gut, der Schlechte würde ich nicht, aber man muss schon mal fragen. Und wenn Herr Schulte das so sagt, und dann steht bei ihm aber auch der Volkslehrer. Und er erst sagt, er hat gemeint, dort seien Holocaustleugner und Rechtsradikale. Und dann zwei Sätze später verrät er sich selbst und es kommt raus, er weiß, Rüdiger Hoffmann. Dann weiß er auch, das ist schadenlos Info. Weil das ist nicht Rüdiger Hoffmann allein, das ist ein Verein, der sich für die Umsetzung der Entnazifizierung einsetzt. Also der Herr Schulte hat da ein bisschen... Also da besteht Klärungsbedarf bei dieser Sache vom Herrn Schulte, würde ich mal sagen. Lieber Michael, wir haben Fragen, bitte beantworte diese und vielen Dank Katja. Ich danke dir, Markus. Danke, also schauen wir mal, ob wir das Problem vielleicht schnell lösen können, nachdem wir jetzt hier diese Aufklärung geleistet haben. Oder diese Fragen gestellt. Genau, also schönen Sonntagabend. Wir sehen uns beim nächsten Mal.